Kreazi, Leute! Willkommen zu meinem zweiten Mini-Projekt zu Let's Play Mini! Ja, Leute! Im letzten Monat habt ihr natürlich... Hey! Im letzten Monat habt ihr Shinobi 1 gesehen und jetzt spielen wir natürlich Shinobi 2. Da muss ich sagen, es ist vollkommen blind. Ich habe es zwar auch zu Hause, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr. An diesen Screen kann ich mich noch erinnern, aber das war es dann auch schon. Ich würde mal sagen, wir lassen mal die Reihenfolge wie im ersten Teil und fangen mit Pink an. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Der Pink-Kristall ist hier versteckt. Okay. Oh, wie spielen wir den Roten? Na, was bist du denn hier? Okay. Aha, okay, der Rot hat jetzt eine andere Fähigkeit. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert, würde ich mal sagen. Ah! Ach du Scheiße, jetzt kommt... Was zum Pinker! Okay. Wow, super! Okay, oh jetzt könnte ich den blauen wohl schon gebrauchen. Gibt es ein Secret? Oh oh! Nein, gibt es nicht. Okay. Okay. Sooo... Äh, okay. Zack. Ja, bitte. Okay. Das Wasser, das ist schlecht. Ei! Was bist du denn? Okay, okay. Wir hüpfen mal hier hoch. Okay. So. Hm. Okay. Zack. Haha. Zack. Zack. Okay. Bam. Bam. Okay. So, wir gehen einfach mal jetzt mal hier lang. Hauen den in den Dudden. So, was gibt es hier? Aua! Na toll. Was ist denn? War da was? Das sind Bäume. Aber wo ich da hinkomme, ist eine andere Frage. Hier bräuchte ich wieder den blauen. Okay, diesmal kann man wohl nicht mit dem pinken anfangen. Hm. Weg. Okay. So. Ah! Ah, ah. Ah! Ah, das ist... Ah, okay. Das war... Äh. Wow. Was passiert hier? Ja, und der rote Nieder schlägt cool. Bam! Ah! Ohne Funk... Oh Gott! War das knapp. Bam! Okay, okay, okay. So, lässt sich schon wieder so ein ekelhaft bisschen fallen. Ja, genau. So. Bam! Okay. Wir halten diese Gegner viel mehr aus als im ersten Part. So. Bam! Aber kein Problem. Okay. Bam! Aha! Da ist er, der pinke Ninja! Wo ist der pinke Kristall? Der muss ja noch irgendwo versteckt sein. Ah! Wir müssen jetzt auch noch ein Kristall finden. Okay. Wer stand denn? Na gut. Ah, ja genau. Weil der leuchtet auch. Okay. Nach pink kommt logischerweise gelb. Der gelbe Kristall ist irgendwo versteckt. Und... Okay. Zack. Grafik wurde... Aufpoliert. Ah! Ah, okay. Gut. Ich kann mal immer noch tot machen. Gut, okay. Was gibt es hier? Äh. Ja, das hast du hier super gemacht. Los, komm runter. Wie, yeah. Und jetzt haben die so eine coole Pose. Schaut euch das an. Yeah. Ach. Mann, zack. Plopp. So. Ach, so. Okay, okay. So, wir gehen einfach mal hier hoch. Na, das hat uns ja was gebracht. So, ich hoffe, jetzt kommst du auch wieder runter. Ja, kommst du. So, okay. Zack. Ja, mal diese coole Pose, die die gleich annehmen. Äh. Zack. So. Ah, hier ist ein Schlau-Riedings. Äh, kann ich nicht benutzen. Okay. Zack. So, wir gehen weiter hier hoch. Ah, Herzchen kann nicht gewohnt werden. Okay. Zack. So, da oben sind wieder zwei. Wir werden uns manchmal grapschen. Ah, du leuchtest, du bist an. Boah, Fahrstuhl. Uhuhu. Ach, ja. Na los, zack. Okay. Zack. Zack. So, ach ja. Zack, zack. Na los. Poing. Hm. Na los, spring schon. Ah. Ah, okay. Na gut. Zack. 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 So, wir gehen mal hier geradeaus weiter. Da waren auch noch zwei Küsten. Ah, Leben. Und das war es wohl schon. Wir haben den Kristall wieder nicht gefunden. Aber gut. Machen wir es mal. Holen wir es erst mal unsere Leute. So. So. So, was bist du? Bang. Wow. Au. Du Sack. Ah, scheiße. Ich hoffe, du wirst... Ich hoffe, du wirst... Ah. Ah. Oh. Ja, toll. Das ist eine beschissene Säure hier. Ach, Mann. Oh, Passwort gibt es auch. Cool. So. Okay, nochmal. Mal. Ah. Oh, war das knapp. So. Hä? Wow. Oh, Gott. Ah, weg. Mach mal so. Oh, shit. Oh. Shit. Zwei... Mal. Doch, Mann. Komm schon, du. Der erwischt mich jedes Mal. Es gibt's doch nicht. Na, komm schon, du Sack. Ja, weg. Na. Oh. Huh. Yeah, ich will meine gute Pose. Zack, zack. Wo ist der gelbe Kristall? Der muss hier irgendwo versteckt sein. Ja, das glaube ich auch. Aber den holen wir uns später. Okay, jetzt machen wir einfach mal blau. Canyon. Der blaue Kristall muss hier irgendwo versteckt sein. So, pink. Oh, du hast jetzt einen riesen Schrieken. Uh. Oh, den kann ich auch nach oben. Ah. Okay. Bäm. Okay. Oh, du hast ein bisschen Verzögerung beim Angriff. Das ist natürlich nicht so gut. Aber gut. Ja, ja, genau. Hm, du bist hier schlecht, glaube ich. Bäm. Okay. Zack. Na, geh weg. So. Ah. Nein. Nein. Oh, das war fiesch. Okay. Zack. Bäm. Weg. Bäm. So, jetzt machen wir das mit dem Roten. Das ist wesentlich einfacher. Du haust. Bäm. Zack. Zack. Bäm. Bäm. Da war auf jeden Fall ein Eingang. Ah, so. Oh, hm. Da kommt man wohl nur mit dem Grünen hin. Wir nehmen mal den Eingang. Bäm. Okay. Hm. Zack. Ah, weg. Oh, hier kommt ja aus jedem Loch aus. Ey, sag mal. Ah. Bäm. Okay, hier nehmen wir mal den Pinkel. Zack. Zack. Oh, na toll. Ja. Okay, wo geht's hier lang? Äh. Ah, jetzt bin ich wieder hier, oder was? Ah. Okay. Oh, ey. Dies gehen wir ja gerade mal auf den Sack. Äh. So, und jetzt? Kann mich auflösen. Wir lösen uns mal auf. Oh, neue Animation. So. Ach, das bringt mich wieder zum Anfang. Oh. Bescheuert. Aber die Gegner sind nicht da. Ah, doch da. Aber den hab ich vergessen, glaub ich. Oh. Okay. Aber die Gegner respawnen nicht. Das ist ja... Ah. Okay. Na, hier braucht man ja den Game. Sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Ah. Ha. Ja. Weg. Bam. Okay. Ah, Leben. Hervorragend. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ich will da hoch. Spring. Verdammt, du blöder Ninja. Ach, ein Glück, ey. Ich hab noch kein Zusatzkristall gefunden. Okay, hier nehmen wir wieder gelb. Okay. Wow, okay, wo geht's lan? Ah. Geh weg. Bam. Wer geht mal da oben lang? Wo kommst du denn her? Ah, ich wusste es. Ich wusste... Ah, hier ist noch... Ah, ah, okay. Hier benutzen wir mal Pink. Ah. Ah, meine erste Aufstufung. Hervorragend. So. Wie, der Fels erscheint einfach... Ah. Einfach aus dem Nichts. Ah. Toll. Und jetzt? Weg. Okay. Weg mit euch. So. Was bist du? Wie geht's? Äh, ich würde mal sagen, wir nehmen mal... Äh... Neau. Falls es wie im ersten Teil der ist, wird er jetzt unverwundbar. Dack, 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 dack. Äh. Ah, du machst jetzt nicht oder was? Ah, doppelt dann. Au, 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 au. Wow, wow. Äh. Ah, ich bin wohl doch unverwundbar. Okay, das ist schön Ich weiß Ja, ich bin wohl auch ein Verwundfach Gut, dann hat das ja doch so geklappt, wie ich wohl Okay Habe ich aber Schwein gehabt, hey Okay Und der blaue ist immer noch Erwürgen Boah, der blaue Kristall Der muss ja irgendwo versteckt sein Ja, ich weiß Aber ich würde sagen, wir holen erst mal Alle Ninjas Und dort seht ihr, Freunde Der grüne Kristall ist irgendwie versteckt Oh, wow Okay, wir nehmen mal wieder blau Blau sind wir noch dabei bestorben Zack, zack 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 Bam, so Bam Zack So, nun sollte es doch wesentlich einfach sein Vielleicht hier schon gleich den blauen Kristall zu finden Genau Immerhin haben wir hier schon drei Ninjas Eine Lebenserweiterung Wir haben zwar noch keine Äh, Dings Aber Was heißt Och, nö Willst du mir jetzt nicht echt erzählen Na gut Dann Warten wir ein bisschen Tja In Naruto Könntest du jetzt laufen Aber das ist doch wohl immer noch nicht gelernt Aber es wird man da nehmen Das ist Naruto Zu dieser Zeit noch gar nicht Ja Na los Oh, heilige Fässer, ey Und das wegen dem Shindou, oder was Willst du mich verarschen Wow, 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 wow Oh, Mann, oh, nee Bam Zack Oh, schon wie eine Bombe Los Zack Zack Och, nee Was zum Henker Wieso ist hier Äh Ja, ich denke mal Wir werden mal Ich hoffe Pink ist immer noch Licht Bam Ja Es ist immer noch Zack Okay Hier ist immer noch Licht Das ist Schön Ja Was war denn das Okay Ach Ich bin ja auch Ein Depp Moment Können uns doch da hoch Cheaten Wir haben doch schon Den Würdelsturm Na los Zack So Bam Hehehe Und hoch mit dir Oh Na gut, dann gehen wir hier lang Ein Löwen Immer in etwas Zack Und das war es auch schon Na gut Äh Wir bleiben mal bei Pink Weil Pink kann nicht Machen Wuhu Zack Und das war es auch schon alles nicht icion Chefe Ir .. Untertitelung des ZDF für funk, 2017